Jetzt befinden wir uns jetzt im Bus. Elli sitzt hier in der Mitte auf einem Notstuhl, weil das in Costa Rica mit den Sicherheits... Was? Es ist fast wie so ein Liegestuhl hier. Es ist fast wie so ein Liegestuhl. Du musst nicht so filmen, dass man zu uns alle Bilder groß ist. So. So. Ey. Jetzt geht es ungefähr vier Stunden Richtung Vulkan Arena mit einer kleinen Pause. Einer kleinen Pause, bei irgendwelchen nice Quellen, wo man Geld warten kann. Ja, ich bin jetzt hier gleich noch schon am schneiden. In diesem wunderbaren, luxuriösen Superbus. Von dem würde ich sagen, an dem wir uns gleich wiederkommen. Ja, das ist praktisch. Wir sind jetzt hier am Fuß des Arenals, einem Vulkan, einem sehr hohen Vulkan. Ich weiß nicht, wie hoch und ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal ausgebrochen ist. Ich weiß momentan gar nichts. Ja, ich habe kein Internet. Ich habe kein Internet. Ich laufe seit zwei Minuten rum, hat noch irgendeine Tafel gesucht. Ich habe nichts gefunden. Wir laufen jetzt hier zwei Stunden lang. Das ist das Einzige, was ich weiß. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also so genau weiß ich das eigentlich auch nicht. Und der Vulkan Arenal ist, ist der aktiv oder nicht? Ja, der ist aktiv. Ich habe null Ahnung, also ist einfach aktiv, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Und es ist ein, na der wenigen, oder ich glaube sogar der einzige Vulkan, in Costa Rica, der ja wirklich diese Klischees entspricht. Das heißt, man fährt auf diesen Vulkan hin und man sieht direkt diese Vulkanform. Also andere Vulkan, zum Beispiel Ida, so wo ich bereits war. Der war ja sozusagen eingebettet in die Berge. Da hat man nicht wirklich von außen geht, wie das ein Vulkan ist. Hier kann man es wirklich sehen. Das ist eine Schlange. Und da ist irgendwo eine Schlange. Eine Schlange, du. Ja. Seid ihr schon motiviert, nicht, muss nicht weitergehen. Seid ihr schon motiviert zum Wandern? Ja. Ich brauche mir eine Flasche wieder. Perfekt. Und ich hoffe, der Vulkan bricht heute nicht aus. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Leute, seht ihr hier, das ist wirklich so typisch kostarikanisch. Es sieht auch überhaupt nicht aus, wie a**a sie hier. So was werdet ihr nie wieder in keinem anderen Land der Welt wiedersehen. Wunderschön. Macht das jetzt ja eigentlich alles so fertig, ja? Bis zum nächsten Mal. Das war Parque Nacional Vulkan Arenal. Der Vulkan Arenal hat ganze tausend, ich weiß nicht was Meter. Ich glaube 800 waren es. Das letzte Mal ist er 2010 ausgebrochen. Die Steine, wo wir vorhin drauf standen, das war alles Steine, die im Jahr 2010 runtergekommen sind. Der Vulkan ist bis heute aktiv. Ich habe mich super informiert, oder? Und jetzt gehen wir gerade zurück zu unserem Bus, denn ich bin extrem durstig. Ich brauche Wasser, ich kann, ich fall gar nicht um. Da ist eine Person, die gerade ein Bild, da ist Fanny, die macht gerade ein Bild von diesem wunderbaren Schild, was du auch gar nicht mal filmen kannst. Das Wunderschöne, unterhint ist der Vulkan, der schön in den Wolkengang ist hier. Hier ist nochmal Parque Nacional Vulkan Arenal. Arenal Vulkan Nationalpark. Und dahin zieht man den Vulkan in den Wolken. Und ich brauche heute Wasser, weil sonst geht es gar nichts mehr. Geil. Wir sind umkommen, hier am Fuß vom Vulkan Irasu. Nicht Irasu, Bullshit. Vulkan Arenal. Da ist irgendwo der Vulkan, sieht man leider nicht. Da ist ein geiler See, da ist unser Bus. Und eigentlich wollten wir direkt Schildtermann. Und da ist ein geiler Luis. Ne, der Luis ist nicht so geil. Wir wollten eigentlich jetzt direkt in Italien wieder fahren, aber da war gerade ein Fall. Und da waren Nasenbeerbabys. Nasenbeerbabys, stimmt. Nasenbeerbabys waren auch noch da richtig süßer. Aber das mit dem Umfeld ist halt so. Es dauert dann hier. Es waren so kleine Nasenbeerbabys. Extrem lange, bis es weg ist. Und die Leute fahren hier halt auch wie die größten Deppen. Die überholen bei doppelt durchgezogener Linie. Also es ist schlimmer als in Berlin, schlimmer als Italien. Das ist Indien fast schon. Aber jetzt haben wir wie gesagt gesagt, dann fahren wir erstmal ins Hotel, essen Schnitzel. Im Restaurant Los Herodes. Irgendwie habe ich gehört, dass es ein deutsches Hotel oder ein schweizerisches Hotel. Und da gibt es Schnitzel in Costa Rica. Kann das schmecken. Wir werden es gleich herausfinden. Das ist hier schon richtig geil. Zack, wir befinden uns jetzt hier vor unserer geilen Villa hier mit geilem Ausblick auf den See. Ich weiß gar nicht, in dem Vulkan kann man immer noch nicht sehen. Natürlich nicht zu vergessen, da oben die Kapelle. Die Kapelle für die ganz gläubigen Leute unter uns. Zum Beispiel Felix. Und Felix übernimmt jetzt. Richtig, richtig nice. Das ist, was mir gerade auffällt, ist, dass wir hier so zwei Plätze haben. Oh, geil. Schau mal, da kann man hier dann so. Das meinte ich nicht, sondern da das Steinteil. Die Aussicht ist einfach purer wieder hoch 10. Da unten, da chillen die anderen. Aber wir haben hier unsere Ruhe. Du vergesst die Details nicht. Da liegt eine Kokosnuss. Das ist halt auch Premium, dass da eine Kokosnuss liegt. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit unserer Roomtour. So, hier geht es jetzt rein. Hier geht es erstmal richtig heimelig in die Küche. Schön blaues Besteck. Ja, das wäre es mal kochen. Weiß ihr, ob wir zusammen kochen? Ich schätze mal eher nicht. Hier, einer hat ein bisschen Pächer gehabt mit der Couch. Aber das ist ja egal. Es ist trotzdem krank. Nice hier. Hier, Pan Jacka. 45 Zoll LCD flach. Hier, Ransam von Panasonic. Läuft auf jeden Fall. Wir checken mal kurz die Dusche ins Klo ab. Hier kann man scheißen gehen. Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal hier in unser Zimmer. Das ist einfach das sickeste. Und leider stinkt sich wieder hart nach Schuhen. Aber es ist ja Wayne. Und hier kommen wir mal ins Ehezimmer. Hier mit einem neißen Ehebett. Das ist ja hart klein. Das ist das Romantikzimmer. Das ist ja angemessen für eine Größe. Romantikzimmer aufwendig, weiß ich nicht was. Und wir gehen. Wir haben nicht alles. Wir haben eine fucking zweite Haustür. Das ist so... Wir haben zwei Haustür. Oh mein Gott. Party. So, ich wollte sagen, lass mich mal kurz. Gleich gibt es da noch deutsches Essen. Oder schweizerisches Essen. Denn der Inhaber von diesem ganzen Ding hier ist Schweizer. Oder die Inhaberin. Don't know, don't care. Wie gesagt, mal gucken, wie es schmeckt. Und mega nice. Und dann geht es nachher noch ins Thermalbad. Am Abend. Ich würde mal sagen, wenn das nicht aussieht wie Costa Rica. Wie so ein richtig costarikanisches Hotel. Weil ich auch nicht. Ich würde mal hier... Dude, die Tanne ist alles. Komm her, komm her. Nights on nights on nights. Days on days on days. Rockwork, lightwork, homework. We don't take no breaks. I get days on days. Ain't got to calculate. Lightwork, lightwork, homework. Babe, I'm about to take. 10,000 at a day. Lovin' you. We gonna get it right. Get it right, baby. 10,000 nights. Das haben wir gerade gegessen. Richtig Schweizer Ambiente hier. Oh, komm mal da oben mit Kuhglocken. Heftig. Ein Schnitzel. Ja. Und die Pommes. Ja, auch gut. Alles gut. Nachspeise gut. Also alles in allem war ein gutes Essen und war sehr europäisch. So europäisch wie es halt ging. Und jetzt geht es wieder da in den Bus rein. Noch mal eine Dreiviertelstunde zu fahren, um ein bisschen in den Meerbädern schwimmen zu gehen. Ja. Mama. Take me home. Take me home. Man, ich bin jetzt hier. Ah, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Kannst du mal einmachen? Ah, oh, sie ist an. Sag mal was. Das war jetzt der... Ich glaube, ich bin schon hier. Folgt mir auf Instagram. Ja, alle abonnieren auf Instagram. Emma Teresa mit zwei A. 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 Hörst du meine Costa Rica Fotos an? Das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Soll schon mal der Weg sich. Ich bin gemerkt. Emma will in die Outtakes. Ich seh schon.